Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family. Ja, das Weekend war interessant und spannend rund um Bitcoin, aber wir wissen, wir waren absolut nach Plan und alles ist so aufgegangen, wie wir es eben erwartet haben. Jetzt haben wir einige News, die wir gemeinsam anschauen müssen, natürlich auch aus der westlichen Welt, dann auch etwas über euer Giro-Konto, was wir sprechen sollten und natürlich schauen wir uns den Chart an. Aber ihr wisst vorher Bescheid, zuerst kommt das Intro. Ja, liebe Freunde, wir starten mit der ersten Message aus New York, wieder um den Eric Adams, dem antierenden oder demnächst angehenden Bürgermeister in New York. Und New York darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ja, die haben eine extrem hohe Bewohnungsdichte und gleichzeitig haben die einfach massiven Einfluss. Das Gleiche wie Miami oder in Kalifornien ist halt eben die Krypto-Szene da relativ stark verankert. Und aus diesem Grund hat natürlich auch Adams extrem hohe Beachtung der Bevölkerung. Aber jetzt kommt es, er geht natürlich auch raus und sagt, hey junger Mann, junge Dame, wie sieht es bei dir aus mit Krypto? Wie siehst du das? Und die sagen, hey Blockchain, ich habe absolut keine Ahnung, lass mich damit in Ruhe. Und Eric Adams ist 61 Jahre jung, wenn man das so sagen darf. Und er ist da relativ geschockt gewesen und gesagt, was, das kann doch nicht sein, dass die jungen Leute noch nicht wirklich gut aufgeklärt sind im Thema Krypto. Und aus diesem Grund möchte er das auf jeden Fall dann in den Schulen fördern. Ich sehe da noch ein bisschen das Problem, dass wir eben zu wenige Experten haben, um vielleicht weltweit alle Schulen damit zu belehren. Aber es findet es gut, damit die Leute sich damit auseinandersetzen müssen. Denn es wird irgendwann einfach voll und ganz die Zukunft sein. Dann geht es nicht nur darum, dass es in den Schulen auch gelernt wird, sondern er sagte auch hier, er wies auch auf Pläne hin, New Yorker Unternehmen zu ermutigen, Bitcoin und andere Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und sagte, er würde sorgfältig vorgehen und es richtig machen. Das finde ich nämlich sehr, sehr wichtig, weil wenn alles irgendwie zu schnell und zu überhauft kommt, dann geht es in der Regel immer schief oder man hat eine zu starke Gegenwehr. Bei ihm spürt man schon eher, erst aufklären, also informieren, aufklären, bilden und dann der nächste Step halt in den Wirtschaftskreis eintreten. Das finde ich persönlich sehr vernünftig und sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier auch noch ein bisschen News hier. Ich möchte jetzt hier nicht auf die Optionen reingehen, sondern ich möchte euch hier eigentlich auf das Wichtigste informieren, respektive sensibilisieren. Das ist eigentlich dieser Satz hier, dieser Abschnitt. Die Optionen, die gerade laufen, das ist sehr, sehr wichtig. Also es gibt so eine neue Risk, wie auch immer die Funktion heisst da bei den Optionen, die dich ein bisschen schützt. Ja, also du kannst da quasi in den Calls auch ein bisschen Patz abliefern. Das heisst, du kannst in den Longs auch ein bisschen shorten, damit du da irgendwie grün rauskommst. Ist jetzt völlig unwichtig. Vergess das gleich wieder, was ich gesagt habe. Wichtig was ist, ist, dass es heisst, diese Optionsstruktur führt zu keinem Gewinn oder Verlust zwischen 54.000 USD und 85.000 USD Bitcoin-Preis. Das ist bis zum 31. Dezember, 08 Uhr. Jetzt, liebe Freunde, wenn ihr das richtig versteht, was da zwischen den Zeilen steht, bedeutet das, dass die, die jetzt callen, davon ausgehen, dass der Bitcoin mindestens über 85.000 USD hochgeht. Das ist sehr wichtig für die Psychologie, damit wir das auch ein bisschen mitnehmen in die Reise, was eigentlich auch bestätigt, dass wir mindestens die 90.000, wie ich sie eben analysiert habe, schon seit Monaten und immer noch darauf stehe, dass das auch so stattfinden wird, wird das eine sehr, 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 sehr enge und spannende Geschichte. Aber wichtig, dass man das auch im Kopf hat für die nächsten Auslauf der Optionen. Dann möchte ich noch etwas über euer Sparkonto reden, also eure Girokonten, und zwar Sparer verlieren Milliardenvermögen. Der Bericht ist schon ein bisschen älter, also älter, vom 29.10., aber kam erst bei mir jetzt ein bisschen aufgepoppt. Betrifft jetzt natürlich jetzt grösser Teil Deutschlands, aber natürlich auch Schweiz, Österreich. Ihr seid da nicht davon befreit. Ja, es gab eine Umfrage da, von wem war denn das nochmal, von irgendeiner Bank bei euch. Ja, und da waren über 62 Prozent, sagt immer noch, ja, ich vertraue mein Geld der Bank an, und das ist schon gut, dann bezahle ich halt ein bisschen Minuszinsen. Ja, da möchte ich euch eigentlich ein bisschen sensibilisieren, denn wie man es jetzt eben sieht, Sparer verlieren Milliardenvermögen, damit ist gemeint kumuliert. Ja, in ganz Deutschland, das Geld ist weg. Das Geld ist irgendwo bei den Banken. Und das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Also dann nehmt doch ihr lieber dieses Geld raus und investiert es klug, sei es in Immobilien, in Aktien oder eben halt in Krypto. Aber nur in Krypto, in Projekte investieren, wo ihr euch wirklich eingelesen habt. Ich sage auch, lese dich zuerst mit zum Beispiel dem Bitcoin-Standard ein, bevor du Bitcoin kaufst. Ja, bevor dir einfach irgendjemand da draus sagt, Bitcoin ist gut, oder Cardano ist gut, oder XRP ist gut, lese dich zuerst in diese Projekte ein. Wenn du sensibilisiert bist, dann wage den Move, mach es clever, mach es diversifiziert, und dann kommt es in der Regel gut. Was ich schlecht finde, ist, das ist auch Aufklärung. Da muss ich wieder zurückswappen zu Eric Saddam, also unserem angehenden New Yorker Bürgermeister. Da muss ich sagen, der macht das schon clever, ja. Der versucht die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, sagt, hey, Achtung, Blockchain ist die Zukunft, und da könnt ihr euer Geld schützen vor Inflation, etc. Und irgendwie machen wir das in Europa einfach noch zu wenig gut. Vielleicht meine ich das auch nur. Dann haben wir das Talk-to-Flow von Plan B, wo wir gerade sind, auch hier sehr, sehr wichtig. Also, ich glaube, zu denken, dass am Freitag Plan B getwittert hat, seid ihr ready für die 10.000 Candle. Die ist natürlich noch nicht passiert. Man meint wahrscheinlich auch nicht, das ist ja auch immer die Frage, in welchem Timeframe. 5 Minuten 15, ein Tag oder zwei Tage, also da muss man schon ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz, ja, sind wir wieder auf Kurs. Also, wir sehen, wir sind ein bisschen versetzt, aber wir kommen hier hoch. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Jetzt sind wir sehr gespannt, wie das dann gegen Ende dieses Jahres aussehen kann. Und ich würde sagen, wir labern nicht mehr lange rum, wir gehen ab in die Chart-Analyse. Ja, liebe Freunde, wir starten auch gleich mit dem Daily Chart. Da wissen wir ja, also die Leute, die mich ein bisschen länger verfolgen, wissen, wir haben hier ein grösstes Kappen-Handle gebildet, haben hier unser Handle gehabt, sind jetzt ausgebrochen. Das ist sehr, sehr wichtig, wie es eben hier dann aussieht. Wir sind jetzt im grossen Abverkauf, in dieser grossen Blocksteinmauer, wo es eben darum geht, dass wir die mit dem Vorschlagshammer oder mit einer Panzerweiß jetzt durchbrechen können. Und wir sind gerade sehr stark dabei, dass wir es mit diesem Daily vielleicht sogar hinbekommen, aus diesem Mauer hier auszubrechen, somit auch über das Fibonacci-Level 1 auszubrechen. Dann würde ich dann auch sagen, wir fangen dann an, unser Fibonacci neu zu justieren. Das wäre dann auf jeden Fall wichtig. Wir rechnen immer noch mit dem geschätzten Handle-Target hier, bei 78.000 rum. Hier sollten wir das erste Mal erreichen. Und dann sind wir dann hier schon wieder mit der Bull-Flag unterwegs, mit dem Ziel-Target hier zum nächsten Meilenstein. Und liebe Freunde, es wird spannend. Wieso wird es spannend? Wir sind nämlich jetzt seit einer längeren Konsolidierungsphase endlich hier in der kurzfristigen M-I-C-D-Gekreuzung nach oben. Wir sind, wenn man es gut anschaut, in der RSI noch im gesunden Bullischen Bereich, also wir sind nicht übergekauft. Und was eben auch mega, mega nice ist jetzt, und jetzt kommt die langfristige M-I-C-D, die hat sich noch nicht mal gekreuzt. Wenn die sich kreuzt, dann gibt es erst rechten Move. Und das wird eben sehr, sehr spannend. Also wir haben, wir sehen hier, auch wenn wir da jetzt im Bullischen Bereich sind, spielt absolut keine Rolle. Wenn wir hier eine Kreuzung haben, dann werden wir definitiv dieses Handle hier übertreffen. Also das wird mal auf dem Daily sehr, sehr interessant. So, jetzt wissen wir so plus, minus, wie es aussieht auf Tagessicht. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das natürlich an im 4-Stunden-Chart. Und hier hat sich ja auch einiges getan, das für uns natürlich weiterhin sehr, sehr spannend ist. So, nehmen wir das ein bisschen wieder zusammen. So. Also was war? Wir waren hier, also wir haben hier unser symmetrisches Dreieck gebildet. Hatten hier einen kleinen Ausbruch, da habe ich aber gesagt, bleibt locker. Ja, habe es euch in der Telegram-Gruppe gesagt. Wir haben hier ein Falling Wedge. Dieses Falling Wedge wird uns zurück ins symmetrische Dreieck katapultieren. So, auch das haben wir geschafft. Ja, ist ebenfalls aufgegangen. Auch dieser Flag wurde für die Neueinsteiger mitgenommen. Alle anderen haben hier natürlich vergrößert. Und dann war es natürlich so, dass wir hier wie gehofft dann ausgebrochen sind. Ich habe es gesagt, lange kann es nicht mehr gehen. Ihr seht, dieser Keil wäre spätestens heute um 18 Uhr dann irgendwann auch mal fertig gewesen. Also hier hat sich das Ganze wunderbar zusammengeschnitten. Und wenn man das jetzt wieder noch ein bisschen grösser macht, so, dann wird es jetzt spannend. Also wir sind hier ausgebrochen, haben die R1, das war eine schwierige Hürde, wir haben die R1 gepackt, wir haben die obere Trendlinie des symmetrischen Dreieck gepackt und wir haben die R2 durchgebrochen. Das ist sehr spannend. Wir haben hier, ihr seht, das Falling Wedge Target ist hier oben noch aktiv. Also plus minus sind wir fast da angekommen bei 66.400. Dann wäre das natürlich interessant. Das Falling Wedge für die Leute, die jetzt ganz, ganz neu dabei sind, wir haben vor dem symmetrischen Dreieck, das sind hier diese gestrichelte Linie, das hier und diese hier nach oben, das war ein Falling Wedge. Der Ausbruch war schwach. Wir haben zwar Retests gemacht hier, aber haben dann aus diesem Falling ein symmetrisches Streit gebildet. Das ist immer wichtig, dass man auch nachschütztiert, immer wieder neue Patents sieht. Das hilft euch die Wahrscheinlichkeiten zu, genauer zu optimieren. Und das, liebe Freunde, war ein sehr, sehr spannender Move. Wir haben jetzt aktuell 66.000, liegt gerade der Bitcoin Preis. Also sehr, sehr spannend. Und die R2 ist bei knapp 7, also die R3 ist bei 67.000. Heute habe ich es mit Versprechern, war Wochenende, habe ich lange kein Video mehr gemacht. Ja, auf jeden Fall, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Ich würde auch sagen, sobald wir hier irgendwie dann mal wieder besser durchgebrochen sind, können wir dann neue Patents sehen. Was wir jetzt tun können, als erstes wäre mal, eine neue Fibonacci einzuzeichnen, damit wir auch die Liquidation und Distribution, also nicht Liquidation, Akkumulation, und Distributionszonen neu einzeichnen können. Und dann würde ich vorschlagen, wir sind hier unten bei den Wellengängen, wo wir hier hatten. Hier hatten wir schöne höhere Tiefs gebildet. Hier würde ich jetzt sagen, setzen wir das aktuell auf das Falling Wedge. Vielleicht justieren wir diesen Bereich nachher nochmal nach auf die R3. Wir werden sehen, wie der heutige Tag sich weiter performen wird. Aber was schon mal aktuell Fakt ist, ist, dass ihr wunderschöne Gewinne gezogen habt und sehr profitabel unterwegs seid. Und dafür freue ich mich natürlich extrem für euch. Denn wenn ihr gut auf mich gehört habt, dann wisst ihr, dann habt ihr wirklich alles richtig gemacht. So, also, ziehen wir das wieder ein bisschen zusammen. Dann haben wir wieder ein bisschen besseres Bild. So, also, wir haben hier die Akkumulationszone. Hier oben sind wir bereits natürlich in der Distributionszone. Da ist jetzt aber nicht die Frage, ich glaube, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich glaube schon, dass es da noch ein bisschen weiter geht. Aber die Akkumulationszone, die wird sich plus, minus in diesem Bereich hier, zwischen diesem 0,786 und der R1 hier befinden. Da müssen wir gut aufpassen. Ich habe es auch schon gesagt, bei der FIMEX Competition, Leute, macht jetzt das Ziel-Target 70.000, holt euch den Stop-Loss auf 61,650. Da seid ihr schon mal gut. Vorher würde ich den Hebel jetzt von 7 auf 10, wir sind im sicheren Hafen, kann uns also nichts passieren. Wir haben wieder mehr flüssige Mittel, die wir wieder einsetzen können für weitere Trades, ohne grosses Risiko, respektive das Risiko ist nicht mehr da, da wir eben abgesichert sind mit unserem Stop-Loss im Gewinn. Also kommt das auch hier sehr, sehr vernünftig und sehr gut. So, Profitizinn wäre dann sinnvoll hier irgendwo bei 67.000, wieder 25% Profitizinn. Das würde ich euch dann auf jeden Fall empfehlen. Wer hier aktuell in den Trader reingegangen ist, auch hier kann ich euch sagen, würde ich jetzt mal die 61,650 nehmen als Stop-Loss, nicht nur bei der FIMEX, auch hier. Und eben wie gesagt, sobald wir hier beim Falling-Wedge sind, Ziel-Target bei 64,500 plus minus, da unbedingt nochmal 25% Profitizinn. Das heisst, wir haben hier 25%, hier nochmal 25%. Dann werden wir unseren Trader neu vergrössern, dazu dann aber später mehr. So, das war's von Bitcoin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war informativ. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Daumen da, haut ein Abo rein und kommentiert. Kommentieren ist immer gut, nützt den Algorithmus, nützt mir, nützt im Endeffekt auch euch. Ja, und somit sage ich Tschüss aus der Schweiz und ja, bleibe gesund. Ciao zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.